Ich habe ein Paket von Robert bekommen und lasse ich euch mit euch mal anboxen. Ich war auf der Suche nach Informationen zu meinem Survival Kit, was ich hier hinten habe. Ich verlinke mal in der Infobox zu diesem Kanal und da bin ich dann drüber gestolpert. Ich habe an einem meiner Kulis auch Isolierband am Griff aufgewickelt. Mal es abisolieren. Das ist hier die Angelschnur. Dann haben wir hier ein Nell Kit. Mit Zwirfel und mit festerer Leiden. Das ist hier auch feststellen. Den Drucklack, den Schalter halten. Zuhören. Das ist hier auch der Draht. Das ist hier auch ein B Great. Mit den Kulis auch hier. Mit den Kulis und klinischen Wasser. Über den Kulis und den Kulis. Ich geholte, was er sagte, mit einer kleinen, runden Uhr, also von so angeraden, die sich erheizt hat. Wow, was das für den Video macht, ist alles zu viel. Jetzt. Jetzt. Ich gehöte die Prozente. Ich gehöte heute wieder auf die Tonung, das ist zu Hause lassen. Das ist meine Mama. Das ist ein Stück Säge. Dann ist es ein anderes Kring, das du in der Straße. Die Folie, genau so. Das ist nicht so, pass an, aber dickes Zeug. Der Feierstiel und die zwei Nägel, die hier drin hat man dann jetzt noch. Da war ich auch echt auf der Suche, wo ich kriege diese Frenzel-Gänsen. Ich lasse dir mal die Schutzfolie drauf. Oder ist das... Ah, das ist ein Schutzfolie, das ist einfach ein Tütchen. Das ist cool. Jetzt probiere ich mal was. Ja, coole Mule. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, er hat mir echt eine Last abgenommen, das alles zusammen zu suchen. Ich muss ja echt sagen, da habe ich ein totales Glück gehabt. So, und was ich aus einer Taschenlampen T10 von True Night Box gemacht habe, wird man in dem nächsten Video sehen. Auf Wiedersehen. Danke, Rob. Ciao. 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 Ciao.